Das Gedicht spricht von Eva K. Kühn Schaut her, hier bin ich, ein Gedicht. Obwohl ich weiß, ihr lest mich nicht, hau ich mal kräftig auf den Putz, hier steh ich, wenn auch zu nichts nutz. Das Internet, so weit und breit, mein Stellplatz für die Ewigkeit, hat mich sogar globalisiert, werd ich auch niemals rezensiert. Mich wird man nicht käuflicher werben, es ist besiegelt, ich werd sterben. Doch vorher macht man mich zu Geld, o schöne neue Bücherwelt, weil mein Erschaffer ruhmbegehrend und anderer Leute kontenmehrend dafür bezahlt, daß man mich druckt, nicht daß das einen Leser juckt. Schaut her, hier steh ich, ein Gedicht, okay, ich weiß, ihr lest mich nicht. War 2 Vielen Dank.